Herzlich Willkommen! Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Gesundheit ist das höchste Gut. Lassen Sie uns gemeinsam heute Abend diesen Mann unterstützen, damit die Reise weitergehen kann. Vereint den Kampf gegen Leukämie zusammen für das große Geschenk des Lebens. Sein soziales Engagement geht dann, José Carrello. Applaus 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 und trolleniert, sondern auch über sie nachdenkt. ...möglich, dass sie aus der aktiven Politik rausgegangen sind. Die Botschafterin von Gambia möchte sich auf das Allerherzigste bedanken, auch im Namen der Regierung von Gambia, mit diesem fantastischen Preis. Und sie möchte sich vor allen Dingen auch bei Sonnenklar TV bedanken, dass sie diesen Preis an ihr Land vergeben. Und das war es nur im Kürzen. Wenn man davon ausgeht, dass wir 40 Jahre hinter Mond gelebt haben, dann ist die Leute, glaube ich, schon etwas sehr ehrenvolles. Sie sagen, every woman could find a perfect God. Mein Gott, wenn ich Frank Gelsner sehe, dann zieht er mir die Knie. Die waren ich mal vor drei Jahren bei April geholt. Yeah, es ist Raya gekommen, Raya gekommen, Raya gekommen. It ist Raya gekommen, Raya gekommen, Raya gekommen. It is Raya gekommen! Hallelujah! It is Raya gekommen. Yeh, die hmmm. I see you again! All right! Menschen, die sich für den Erhalt der Tiere und der Lebensräume einsetzen, die sich selbstlos lebende Menschen kennengelernt, die, sobald sie einen Dollar haben oder einen Euro, sich überlegen, wie entwenden sie den Mann zu den drogen Tieren und nicht für sich selbst. Die goldene Sammels 2014 in der Kategorie Bündnis, die haben Christa Wiermich, Dr. Matthias Reinschmidt und Frank Esser. Als ich mich mit Dr. Reinschmidt das erste Mal getroffen habe, weil er einen Papageienarzt gerettet hat, da wusste ich, wenn ich mit klugen Menschen zu einem klugen Thema unterwegs bin, kann ich nur davon lernen. Vor 50 Jahren gab es noch 2000 nördliche Breitmaugnashörner. Wir standen vor dem letzten Tier, letzten männlichen Tier. Es gibt nur noch zwei Weitchen, denn Sudan ist gestorben vor ein paar Monaten. Da läuft ein kalter Rücken runter, wenn wir nicht einmal so ein charismatisches Tier wie ein nördliches, großes Breitmaugnashorn retten können. Dennoch gibt es Hoffnung. Wir waren in Indonesien, haben die kleinen Orangutans in einer Aufgangsstation gesehen, die auch geschlagnahmt wurden und die wieder ausgewildert werden. Es gibt Hoffnung, dass es viele Menschen auf dieser Erde gibt, die sich für drohte Tierarten einsetzen. Und da möchte ich Sie einfach aufrufen, sich auch dafür einzusetzen, denn wir müssen unseren Artenschatz erhalten, damit auch unsere künftigen Generationen diese wunderbare Welt auch so erleben können, wie wir sie heute haben. Vielen Dank. Jetzt bin ich hier, um von Tanner Paul zu starten. Er ist eigentlich Musiker, genau wie ich, der Bernhard. Er ist eigentlich nicht der Achenoa, der Tiere bringt und Tierschauen, sondern er ist halt ein Mensch. Er ist ja das. Er ist ja auch ein Mensch. Er ist ja auch ein Mensch, der 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 Musik 14 Jahre Zirkus Royal League Die Geidene Sammels 2019 gilt an Daniel Faure Musik Das ist ein Applaus Dankeschön Die Gäste Sonne für sein Lebenswerk geht an Peter Beck Und meine letzte Gäste heute stellt die Gäste mit uns kurz die Gäste Peter, siehe die Allverdienung mehr Zwischen Grünchen wieder kommt ins Land Diese Hüfte, diese künstlichen Gerüche Unser Leben wäre alles losgefahren Für seinen Lebenswerk geht an Peter Beck Es ist nicht alles so toll, was man so gesehen hat Aber es läppert sich halt im Leben doch so vieles zusammen Und zum Schluss vielleicht noch einige Dinge in Erinnerung haben Und zum Schluss Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020